guten tag herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play part von minecraft dragodia wir haben ja letztes mal aus dem ersten part die zwei chocobos geholt und hier eier also ich weiß nicht ob das ausgebildet aber ich hoffe das wird ausgebildet genau kenne ich den mod jetzt noch nicht so richtig ist auch chocobo 3 also choco kraft 3 und diese waldlige glitscht ein bisschen herum ja wie man das gehege noch grösser machen dann irgendwann mache ich mal zwischen eine aufnahme was grösser machen weiter was ist es für ein block das salt der ist sehr zäh also da brauche ich einige zeit genau hier aber die sachen reintun ein lowly gissal wieder und ja liebliches pizza kraut auf deutsch ich wollte hier irgendwas machen dafür brauchen wir einen topf dafür brauche ich ziegel und jetzt einfach kaffee mit topf gibt kaffee elf kaffee so was machen kaffee wach ja wach so vielleicht ein paar sachen zusammenstecken dann irgendwann es regnet immer es regnet einfach immer wie soll man da rund spielen gut da haben wir oliven oliven sind auch wichtig man kann sachen oliven trinken oder wie das heißt schauen wir auch mal kurz mal oliven beim speiseöl mit einem entsaftet zusammen so oliven mit olivenöl geölt ja also man kann gar nicht sie ertränken aber sie den ajargen auch in chocopedia das müssen wir auch noch machen ok dann müssen wir da unten eins raushauen so also ich möchte gerne wissenskünstler wissenskünstler werden so ähm die müssen wir es also nicht hier drin haben sind hier unten ok ok ähm chocobos sind riesen strausen ähnliche vögel die in den ebenen der prärie und hügel gefunden werden ihr ernähren besteht aus gisal greens und so ziemlich nicht weiter nichts weiter sie sind normalerweise gelb gefärbt und haben zwei beine mit drei beinigen fähnen fühen föhnen großen füßen wahrscheinlich oder so flügel und langen häuschen ich denke sie fragen sich jetzt wie zur hölle kann ich eine chocbo zählen denn das ist einfach um ein chocbo zu zählen müssen sie grüne gisals finden um sie zu fütten die auf der ganzen welt erscheinen kann es dich nicht dazu bringen dich zu lieben lieben sie noch ein paar gisals rein es wird funktionieren also fahre ich damit manchmal lässt chocobos eine einzigartfähige fallen kommunizieren sie sich mit einem normalen sattel um einen chocobo sattel herzustellen und klicken sie mit dem rechten masters auf den chocobo um ihn anzuziehen vielleicht können sie einen besseren sattel machen einen mit steilraum oder so sie haben also einen einfachen chocobo ist großartig aber sie können es besser machen wenn sie ein chocobo auf einem chocobo verwenden können sie neue fähigkeiten freischalten indem sie die erfahrung nutzen die sie haben und die aus ihrer seele aussieht dazu gehören fliegen, gleiten, springen, sprinten und tauchen ordentlich also habe ich eine fähigkeit freigeschaltet wie fände ich sie um fliegen zu können musst du sprinten um schwung zu gewinnen und dann zu springen gleiten ist buchstäblich nur langsamer um zu springen springst du die springtaste einen tag mit gebrochenem gesicht um buchstäblich in base zu springen ich habe ein chocobo aber ich will moa ok es gibt also eine mama und ein papa chocobo der papa hat farbige fäden sie bringen sie zum kochen indem sie einen schönen güsserl füttern schönen güsserl füttern der selten durch güsserls in der landwirtschaft gewonnen wird legen sie das ei in der nest und mit genügend zeit und darm schlüpfen ok also das haben wir gemacht hier für meine chocobos hat ein schlimmeres chocobo gehackt das ist in ordnung es gibt eine chance dass ihr baby in gewisser weise schlechter wird aber meistens sagen sie einen schnelleres gesündes und energie geht durch die chocobo also die vorherigen generation versuchen sie es einfach weiter ok dann ist das wieder der anfang also das haben wir auch gemacht jetzt müssen wir einfach warten scheinbar indem wir fleissig chocobo fädeln für die sättel und ja gut haben wir den etymod da gibt es günstigerer sättel als vom chocobo mod also eher nicht vom chocobo mod vom anderen schauen wir gleich mal animenia mod ja es ist ein bisschen zu teuer mit dem eisen scheinbar ist da im sattel auch eisen drin im real life ok da können wir schauen wo es herkommt 18 mal akte beim gerber ok so ich habe leider jetzt zu wenig rohstoffe aber wir können mal ins dorf gehen und schauen was wir einfach wollen und dann fangen wir eigentlich an mal ein paar gebäude am spawn zu bauen wir können halt nicht viel machen schon wieder auf die falsche seite ja gut er geht immer in die falsche seite weil er hat immer denkt dort ist das dorf dabei man sieht es ja hm die haben schon wieder alles gefüttert ah geht mal weg ihr linke kühe immer sind sie bei mir am eingang ja das ist selber das seid ihr selber schuld dass ich euch schlage das wird noch ein bisschen gefixt das ist irgendein mod mit den waffen oder so wo das macht dass man einfach irgendwie ja ganz weg schauen muss und trotzdem wird das tier oder das monster getroffen also ja echt OP so also ja die kühe müssen wir dann noch schlachten sag ich hier ist nur eine höhle also ähm ja ein kleiner ruckel pfüchse die kann man glaube ich nicht zähmen auf jeden fall nicht so wie im hauptspiel eine spätere version ja aber jetzt schweine müssen wir töten die greifen die dorfgewohner sonst an ich glaube das müssen wir auch noch ein bisschen runde stellen die spawn hat schon recht oft und immer wieder und immer immer wieder und immer 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 wieder die ganze zeit und jedes mal oh lovely gissel aber die grün also die grünen sind keine grünen sie haben so genannt einfach gissel müssen wir verfüttern ja die hopes können wir eigentlich dann auch anpflanzen aber wir brauchen diese stäbe die nehmen wir in dem dorf mal nicht weg so ich wollte schauen ob jetzt hier irgendwelche leute ich hoffe nicht alles von dem einen mod ok rohes schweinefleisch ja das schwer hühnchen vielleicht wir haben aber nur enten also gänze ok das können wir noch machen und rucksack der reißen ist klar wie zu teuer noch oh da unten nase ok hm bei dem da ist wahrscheinlich auch geistliche hm ist das die gleiche gewesen? wahrscheinlich schon da ist niemand es gibt hier keine Türen war da Marco vielleicht ist da Marco gewesen ja schade haben wir jetzt gerade die ähm der Räucher und das äh ja Bienennetz da Kescher genau nicht dabei also wir müssen eventuell auch hier zuerst mal Häuser bauen können wir dann irgendwann mal machen aber naja könnten wir eigentlich jetzt mal ok da haben wir wieder einen Kartografen der ist ja nötig Flamme der hat 25 ok merken der mit dem edlen gewand der hat 28 also sie ist nicht sie ok so haben wir hier noch ein paar sachen zum mitnehmen strich und faden verloren die brauchen wir nehmen wir noch das meat mit pflaumenholz nehmen wir mit pflaume eigentlich ein setztinger haben wir genug äh taro nehmen wir mit nehmen wir noch eine spargel mit kale haben wir ok hier haben wir noch ein paar sachen die wir mitnehmen müssen brandes weizen sehr wichtig pfefferminze haben wir äh seetang ist auch relativ wichtig kassava sieht ist was ok dann müssen wir einfach noch mal dorthin gehen aber wir können ja auch teleportieren genau ja auch schon gemerkt also hopfen müssen wir dann auch anpflanzen ok äh zuerst mal da die sachen reinlegen die tun wir alles verkaufen dann ähm pflaumen ich weiß nicht könnten wir auch mal hier reinlegen also taro anpflanzen das holz mal reinlegen jetzt habe ich die bücher hier reinlegen gut ja ist schön dass wir uns ein bisschen aufgebaut haben war natürlich schon schwer erstmal ein bisschen zu starten für jeden Neuling sucht euch am besten ein bisschen Hilfe es kann nämlich schon schwer sein am Anfang richtig alles zu machen und ähm ja muss natürlich schon irgendwie äh ja für euch klappen es sollte euch nicht zu langweilen also mich hat es ein bisschen gelangweilt weil man so viel herstellen musste so viel anpflanzen musste die Tiere sind halt auch schwer zu fangen und so weiter dann müsst ihr einfach Seile hohen von diesen Inseln am besten also da ähm müsst ihr einfach zu den Tinker's Construct inseln das sind so fliegende Inseln und einfach unten warten und dann tun Schleime droppen oh ok dachte schon die kann man nicht anpflanzen ohne diese Sterbe ja gut dann können wir schon mal Bier brauen und ja die sind jetzt auch beide gewachsen sogar nein das sind zwei ok das sind zwei ist nicht für sehen aber so aus weil sie so breit sind ok ja eben das Modpack ist noch nicht fertig wenn das Modpack fertig ist können Leute drauf dann kann ich auch Rundspiel machen wenn dann am Morgen auch da ist äh ähm sonst muss ich die Aufnahmen irgendwann mal in einem Livestream machen denn das kann ich halt jetzt noch nicht mit meiner Performance aber auch nicht vor allem eine bessere Grafikkarte als eine zweite vor allem gut und das ist ja eingebaut der PC könnte halt noch ein bisschen dauern das ist wie immer also die Techniker sind sowas von langsam wie sie endlich mal alles gemacht haben das ist klar ich kann es ja verstehen wieso die es langsam sind aber naja ich bin halt einer der gerne dann einen PC haben will wenn er endlich mal einen PC leisten kann und nicht irgendwie schon ja so zwei Monate warten so ähm das können wir dann eigentlich auch bald machen müssen halt nur Wohle färben so ähm ach ist falsch und das obere öffnen so ok direkt nur die Kerne rein und Gissel kommt wieder hier unten rein und wir haben jetzt zwei wir könnten also nochmal ein Ei produzieren aber aber wir müssen einfach Nester machen also dieses Ei ist für immer weg das tue ich dann mit Behutsamkeit ab wenn uns geht so wir haben Level 23 jetzt müssten wir eigentlich leveln so wir mal zum Monsterfalle gehen ich tue jetzt mal hier äh haben wir noch Stein ja ich tue jetzt mal hier ein bisschen Monsterfalle machen ja da müssen wir zuerst so ähm hey hallo ich habe nichts gedrückt so das reicht völlig aus ja ich brauche unbedingt mehr Eisen weiß nicht wie ich Eisenherd nehmen soll aber ähm ja glaube ich töte jetzt mal die Kühe sonst sind es zu viele sonst sind es zu viele und danach kann man die gut töten also ein Stier zwei Stier drei Stier vier Stier vier Stier fünf Stier sechs Stier du musst stellen du musst stellen dann halt du auf nein ich töte den nicht das das ist so blöd das AOE es ist viel besser also es funktioniert viel besser als im Hauptspiel im Hauptspiel tun ja die die ganze Zeit irgendwie ausrasten 1 2 ja 2 und 4 glaube ich ok da kann man viel geplanter ähm das alles machen aber eben das 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 Kampfsystem ist halt wirklich schlecht geworden das müssen wir noch überarbeiten wir ja nicht immer die ganze Zeit andere Kühe und so treffen so also wir müssen hier drüben und dann ist dort die Zombie Farm ja müssen wir einfach gegen Zombies kämpfen aber da bekommen wir dann Level ah ja genau noch in die Fischer Dinge reinschauen genau das sind ja die Sachen jetzt sehr gut also effizient ist es natürlich nicht man braucht einfach zu viele Sachen ein Frosch ok können wir Frosch Schinkel machen na jetzt kommen wir hier nicht auf Gissel halt immer mitnehmen weil wir brauchen ja Gissel Grüns dringend ja gut ist ja gut blödes Wasser kaltes klares Wasser ok ja jetzt gehen wir mal hier rein und tun mal die Kiste abbauen ok gehört hier nicht hin jetzt müssen wir noch Spawning Fläche abbauen und dann haben wir wahrscheinlich hoffentlich bald Level 30 wie weit wie weit muss man vom Spawner weg sein eigentlich nicht so weit deshalb machen wir lieber nicht mehrere Etagen weil da ja keine Monster spawnen wenn man jetzt einfach hier mal ein bisschen Spawning Fläche ok wir machen das also ich mach das später wir müssen jetzt einfach hier runter und da eigentlich schon Trichter hin machen ah falsche Seite ja ich weiß jetzt nicht wie man das am besten macht ja dass es runter geht da müssen wir glaube ich ja die 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 Dinge müssen zu Hause runter fallen ja also machen wir ganz anders ah ja in einen Dungeon wollte ich ja noch rein hm weil wir das nicht früher machen tu jetzt mal die Monster Vorfalle ein bisschen vorbereiten das hier auf jeden Fall eine Fockel danach sollen sie ja hier runter fallen also deshalb brauchen wir hier auch irgendwie überall Platz ah wir brauchen ein bisschen mehr Platz stimmt weil die sind ja von der Seite auch rein fallen können ja das ist ein Mist jetzt das gerade in einer Rundspielaufnahme zu machen kann ich gar nicht so Rundspiel machen ja der König der erste König der muss natürlich sehr viel machen um das jetzt zu einem Rundspiel zu machen ja ich weiss nicht wie aber der Drago der ist dort bei uns sehr in die Zukunft schauend man eine Fackel weg und so und sogar ein Schwert Gianceswert ok also das Ganzes oder die Ganzes also wir haben schon voll wir müssen ja die Zombies hier runter fallen lassen machen wir mal hier diese Absperren so und ja dann müssen wir noch eins tiefer oh was ist das da passen ein Amber ok wir haben zu viele Sachen bei uns die Kerne und so brauchen wir ja nicht so wir müssen einfach da tiefer gehen also die Zombies kommen hier hin dann muss man hier ja so die Zombies fallen hier rein und landen dann hier wenn hier das Wasser nicht irgendwie durch fliesst könnten wir das Wasser dann wirklich da rein fliesen lassen ok dann mach ich das mal so ich nehme den ja genau den Block kann ich nicht mach mal hier eine Kiste mit den Sachen die wir hier lassen müssen ja ja aber fucking nicht abbauen also vor allem der Basalt Cobblestone ähm ja da brauchen wir für das Haus eher was legen wir hier noch rein genau der Stein muss mal hier bleiben ja und der Rest nehmen wir mit ok hier haben wir noch Eisen nehmen wir das gleich noch mit ja brauchen wir einfach nochmal einen Platz so noch mehr Eisen so ähm Tüchte müssen hier bleiben ja und dann nehmen wir noch den Rest mit gut dann zurück oder ja einen Home Punkt machen natürlich ähm äh alle so ja jetzt ist die Truhe wieder voll dann haben wir das Problem dass die Truhen immer voll sind wie die Steine auch abbaubar also diesen ähm underground biomes mod der ist natürlich schon sehr inventar zuspammt aber ist ein toller mod also endlich mal ein bisschen etwas im Untergrund zum Bauen von Burgen oder so also diese Basalt zum Bauen einer Burg oder so wäre sicher cool wir müssen das einfach dann afrikanisch machen irgendwie und da seid ihr wahrscheinlich bessere Spezialist als ich griff gerne ein paar Sachen in die Kommentare senden ein paar Vorschläge und ein bisschen an ja auch das ähm ja ich weiß nicht ich will halt nichts falsches machen aber ja ich unterstütze die Afrikaner und ähm ja Ozeanier was sagt man eigentlich eher Ozeanien oder Australien oder so oder Pazifik ne man sagt eigentlich immer Ozeanien aber das ist halt auf Deutsch schon recht kompliziert weil ich glaube Neuseeland gehört auch zu Ozean und nicht zu Australien was ist dann dort noch ähm wie heißen die Inseln? eine ganze berühmte Ferieninsel in der Pazifik Hawaii ist ja eher Amerika ähm sehr schön und so die sind im Indischen Ozean nehme ich gar nicht so aus ah natürlich äh den ähm ähm äh wie heißt das dieses der Mikrostat da ähm irgendwas mit klein Mikronesien oder so ungefähr das auf jeden Fall da dieser französische Winzling winzige Insel mega schöne ja Bora Bora genau wie heißt das schon wieder also wir gehen zum Dorf ja wir holen hier die Sachen mal raus die wir brauchen ja Alnüsse nehmen wir auch mit Courant weiß nicht was das ist Sour Soup Pau Pau Reis genau haben wir eigentlich schon angepflanzt aber nehmen wir noch mit so gut jetzt haben wir wieder ein bisschen Essen und so keine Ahnung was das alles ist äh wo ist die Bienentruhe die da so also Blumen haben wir hier die anderen Sachen ich weiß nicht genau was das alles ist wird wahrscheinlich auch zum Gemüse nein das ist eine Frucht das sind zwei Früchtchen Oliven sind auch Früchtchen und dieses Red Courant ich weiß nicht was das ist noch nie gehört kann irgendwas da raus machen Pemmikan das muss ein Obstsalat ok Schneidebrett Fruchtpunsch können wir auch daraus machen Fruchtköder ähm ok ja müssen wir jetzt nicht unbedingt anfangen äh wir haben ja noch frei da unten oh man ja ich weiß nicht was man mit denen macht keine Ahnung keine Ahnung vielleicht Bäume dreiß Walnüsse können wir auch nicht anpflanzen Kassava ja Kassava können wir anpflanzen die wachsen halt noch nicht so schnell gut ähm wir müssen unbedingt für mehr Essen sorgen das waren für hochwertigeres Essen ähm wo haben wir denn Reis angepflanzt hier ja dauert halt auch noch einige Zeit gut also die Sachen erhandeln wir äh oh erhandeln ähm ja dann noch die Karotten und so und wir haben noch Zeit ok es leitet schon ein bisschen zu spät äh ich werde das im Livestream machen heute Nachmittag irgendwann mal ja hier sind die Karotten die müssen wir noch mitnehmen so gut also die legen wir rein so und äh machen wir einfach mal probieren wir da eine Frucht oder so draus zu machen und es ist wahrscheinlich eher ein Busch ja geht nicht also keine Ahnung ist wahrscheinlich von einem Busch wir können eigentlich nichts herstellen was wir anpflanzen können ja keine Ahnung was das ist seht halt auch nicht was für ein Mod ok scheinbar haben wir irgendwo nochmal diese Früchte ne äh ich habe keine Übersicht ich habe so viele rote hier einfach nur ok ist auf jeden Fall die hier die Bohnen wir haben so viele Bohnen schon 2 Stacks und 4 und Walnüsse ist auch hier so nochmal einsortieren dann hier nochmal Güssel rein tun und ja diese Stäbe Gartenscheren sind wahrscheinlich für die Blätter dann zuständig legen wir einfach hier rein so gut dann war das wieder ein schöner Part wir sind eigentlich schon weit gekommen haben wir halt immer noch nicht geschafft anfangen zu bauen aber ich denke der nächste Part wird dann wirklich sein dass wir das Dorf hm ja das Spawn Dorf muss ich dann im Live Stream eventuell machen ich werde heute auch ein bisschen mehr Live Stream in Minecraft ja werden wir ja dann sehen ok tschüss bis zum nächsten Part morgen kommt der nächste Part tschüss 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 tschüss